Zugeschaltet ist mir jetzt Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung Welt. Schön, dass du Zeit für uns hast. Guten Morgen, Robin. Hallo. Robin, die Marathonsitzung musste unterbrochen werden, weil es Regierungskonsultationen gab in den Niederlanden. Quasi das halbe Kabinett war da. Du warst mit dabei. Wie würdest du die Stimmung beurteilen? Konnte man was merken von dem angeblich vertrauensvollen, konstruktiven Umgang miteinander? Also einer sah da besonders gestresst aus und das war Robert Habeck. Der hat auch erst im Flieger sein Hoodie angezogen und ein weißes Hemd und eine Krawatte angezogen für die Niederländer. Christian Lindner wirkte deutlich entspannter und der Bundeskanzler wirkte so ein bisschen geschäftsmäßig. Aber das ist ja alles nur, damit wir das so beschreiben. Und tatsächlich war ja nicht geplant, dass man so lange redet. Und da ist schon etwas an der Grenze zur Regierungskrise. Du sagst es gerade, es war nicht geplant, dass man so lange redet. Eigentlich war geplant, dass solche Marathonsitzungen überhaupt nicht innerhalb der Ampel passieren. Es war jetzt sogar schon die zweite. Zum Entlastungspaket gab es das schon mal. Muss man sich jetzt eingestehen, dass man doch nicht besser ist im Miteinander als die Vorgängerregierung? Naja, man könnte ja sagen, das sind alles Zielfragen und das ist alles weniger wichtig. Aber das war ja nicht geplant, dass das so vertagt wurde und das hatte auch Weiterungen. Also erstmal waren die Niederländer vielleicht auch nicht ganz so begeistert, dass da eine völlig übernächtigte deutsche Regierungsmannschaft ankam. Und auch in Deutschland selbst. Also montags sollten zum Beispiel alle Parteigremien tagen. Und das ist keine triviale Frage, weil die in einem Koalitionsausschuss getroffenen Vereinbarungen müssen dann ja in den Parteien noch vermittelt werden. Also dass diese Gremien ausgefallen sind, ist für den Prozess auch nicht optimal. Und heute tickt wieder die Uhr, weil heute Nachmittag sind Fraktionssitzungen. Da müssen also die Bundestagsabgeordneten überlegen, ob sie die Einigung ihrer Vorsitzenden überhaupt gut finden, die da gemacht werden im Koalitionsausschuss. Und je länger der dauert, desto weniger können solche Fraktionssitzungen vorbereitet werden. Das heißt, aktuell kann niemand wirklich zufrieden sein, auch die Parteien. Wenn wir uns die Parteien mal anschauen, FDP und Grüne, zwischen denen viel Unmut, das kriegt man auch immer mit in den ganzen vergangenen Monaten. Die SPD im Vergleich eher ruhig, vielleicht ein bisschen zu ruhig. Welche Rollen nehmen die einzelnen Parteien gerade innerhalb der Ampel wahr und welche sollten sie vielleicht besser einnehmen? Ja, da geschieht etwas wirklich Interessantes. Als die Ampelkoalition startete, dachten ja alle, es wird schwer für die FDP. Die FDP muss sozusagen ins rot-grüne Lager wechseln und das werden ihr viele Wähler übel nehmen. In diesem Koalitionsausschuss sah es aber nach Teilnehmerangaben ganz anders aus. Da waren sich FDP und SPD sehr einig und die Grünen haben wie gegen eine geschlossene Front geredet, sehr zu ihrer Enttäuschung. Also da hat sich was verschoben. FDP und SPD sind näher beieinander als die Grünen. Und der Kanzler in seiner Rolle? Der Kanzler versucht eine moderierende Rolle einzunehmen. Das ist ein bisschen in so einer Dreier-Koalition auch angelegt. Und ich glaube darüber hinaus setzt Olaf Scholz darauf, dass diese Wahrnehmung des ewigen grünen-liberalen Streites die Leute irgendwann nervt. Und die dann sagen, ach der Scholz ist so ein bisschen der Erwachsene auf dem Kindergeburtstag, der für Ordnung sorgt. Das birgt aber eine Gefahr, diese Versuchsanordnung, weil wenn man nicht zu Potte kommt, sagen die Leute irgendwann, warte mal, das ist die Regierung von Olaf Scholz, warum kriegt die nichts gebacken? Wie würdest du es beurteilen? Kriegt er das gebacken, diese moderierende Rolle? Die moderierende Rolle ist wichtig. Ohne das geht es gar nicht. So ist das in unserem System mit den Koalitionsregierungen. Aber andererseits zählen natürlich irgendwann Ergebnisse. Und wenn wir heute Nachmittag dann irgendwann ein Papier haben, werden wir uns darüber beugen und diese Ergebnisse auch in der Substanz beurteilen. Und dann wird man halt gucken, ist man beim Klimaschutz vorangekommen? Ist man beim Ausbau der Infrastruktur, der überfällig ist, vorangekommen? Wie sieht es eigentlich mit dem Haushalt aus? Das sind ja alles Fragen, die geklärt werden müssen. Und am Ende trägt dafür natürlich Olaf Scholz die Verantwortung. Und das heißt immer von Politikerinnen und Politikern, Politik sei kein Bazar. Aber ein bisschen ist es ja doch ein Geben und Nehmen. Man muss Kompromisse finden, sich aufeinander zu bewegen. Dass die FDP jetzt in diese Gespräche geht, zumindest mit dem Sieg bei der Thematik Verbrenner aus. Setzt sie das unter Zugzwang dafür vielleicht doch etwas zuzugestehen? Oder ist das schwieriger durch das, was du eben gerade auch gesagt hast, dass die FDP und die SPD sich jetzt doch einiger sind als die SPD und die Grünen? Das ist ja so, da gibt es Interessenkonflikte. Das ist auch normal so, das ist so in der Parteiendemokratie, so ist das bei uns angelegt. Und die Frage ist jetzt, wie werden diese Interessenkonflikte aufgelöst? Und die kann man produktiv auflösen, dass man hinterher sagt, da ist eine Lösung rausgekommen, wo das Land weitergekommen ist. Oder die kann man unproduktiv auflösen, dass sich halt alle gegenseitig blockieren. Und da steht sozusagen der Test heute Nachmittag an. Weil es gibt ja auch einen objektiven Druck. Also nicht nur aus den Parteiinteressen, sondern einfach von der Realität. Ich gebe dir ein Beispiel. Deutschland hat sich ambitionierte Klimaziele gesetzt. Die werden auch jedes Jahr überprüft. Und in den Bereichen Gebäude und Verkehr sind die dieses Jahr wieder krass gerissen worden. Also kann man schon erwarten, dass diese Ampelkoalition heute einen Plan vorlegt, was man da tut. Und wenn da wenig getan wird, weil die Grünen die Pläne der FDP nicht wollten und die FDP die Pläne der Grünen nicht wollte, dann kann man sagen, toll, dass ihr Frieden gefunden habt. Aber wir hätten uns als Land mehr gewünscht. Ganz kurz noch, Robin, wie zuversichtlich bist du, dass das in vielen der Streitpunkte gelingt, dass am Ende dann wirklich was Substantielles rumkommt? Das weiß ich nicht, weil die wissen es ja selber noch nicht. Die arbeiten ja noch dran. Ich habe aber gestern gehört, dass die, als die diese Sitzung unterbrochen haben, bei einem gemeinsamen Papier schon bei 19 Seiten waren. Und da waren sie ja noch nicht fertig. Heute geht es ja noch weiter. Und 19 Seiten Einigung, das klingt verdammt, verdammt kleinteilig. Und gut, der Teufel liegt im Detail. Kann auch sein, dass man im Detail was Vernünftiges aufschreibt. Aber so ein bisschen droht man manchmal über Details auch den großen Wurf aus dem Auge zu verlieren. Also bleibt spannend, was da heute rauskommt. Definitiv. Robin, danke schön für diese Analyse. Gerne. Bis zum nächsten Mal.